Weber Shanwick mit seinen Standorten in München und in ganz Deutschland ist in diesem Jahr der Preisträger von vier German Stevie Awards. Mit seinen Kunden Philips TV gewinnt die Agentur drei goldene Stevie Awards 2018 in verschiedenen Kategorien für Marketing- und PR-Kampagnen des Jahres für die Philips TV TP Vision MB Experience Kampagne. Außerdem gewinnt Weber Shanwick einen Bronze Stevie Award für die Marketingkampagne des Jahres, für die Kundenkampagne Glutenfreier Monat für Dr. Scheer. Heute Abend sind bei uns Martin Nielsen, Marketing Manager Germany und Account Director Stephanie Vogel, die die Gold- und Bronze Stevie Awards entgegennehmen. Als Teil des IPG Agency Networks zählt Weber Shanwick zu den weltgrößten Kommunikationsnetzwerken mit Schwerpunkt auf Consumer Marketing und Technologie. Vielen Dank an die Stivis, die einem nicht ganz einfachen Thema von Glutenunverträglichkeiten eine Bühne bieten. Danke an den Kunden Dr. Scheer, der mutig war, die Kampagne von Italien nach Deutschland zu bringen. Und danke an alle, die daheim geblieben sind, das großartige Team und Laura Seifert von Scheer. Dieser Award ist für alle, die an Weizenallergie, Gluten-, Weizensensitivität und Zöliakie leiden. Vielen Dank auch im Namen des Teams von Philips. Wir danken allen, die dahinter stecken und auch im Namen an Alexander Siegmund, der heute leider krank im Bett liegt. Vielen Dank. Vielen Dank für alles. Vielen Dank.